Hallo ihr Lieben, wir grüßen euch zur nächsten Übung innerhalb unserer 4-Tage-Challenge zum Thema Werte. Wir möchten dir heute eine Übung an die Hand geben, wie du deinen Selbstwert steigern kannst. Wir haben da ein paar Punkte zusammengetragen aus der Wissenschaft, aus der Literatur, aus Artikeln, aus unserer praktischen Erfahrung, aus der Arbeit. Wie du deine Werte nutzen kannst, um deinen Selbstwert und dein Selbstbewusstsein zu steigern. Ich habe jetzt zuerst ein paar Sätze für dich vorab aufgenommen, worum geht es überhaupt, was ist eigentlich das Problem bei dem Ganzen. Wie können wir das Ganze ins Positive wandeln, wie können wir durch kleine Übungen und regelmäßige Wiederholungen mehr Routine im positiven Denken entwickeln und den Fokus wirklich mehr auf das Positive an uns richten. Unser Selbstwert ist das, was wir über uns selbst denken. Das oberste Ziel von uns sollte es ja eigentlich sein, im Leben angstfrei, unabhängig und selbstbestimmen, unser Leben zu gestalten, um zufrieden, gesund und glücklich zu sein. Das ist unser Geburtsrecht. Das ist einmal Fakt. Wenn wir ein geringes Selbstwertgefühl haben, ich merke das in meiner Arbeit, haben hauptsächlich Frauen, ist das lediglich erlernt, was ja eine gute Nachricht ist, denn daran können wir arbeiten. Unsere Erfahrungen haben uns über die Jahre gezeigt, die ja sehr, sehr prägend waren, vor allem in der frühen Kindheit, dass etwas mit uns scheinbar nicht in Ordnung ist oder wir nicht gut genug sind. Wir werden klein gehalten, wir werden kritisiert, uns wird gesagt, das schaffst du nicht, andere machen es besser, das wird eh nichts. Und wenn man das immer wieder gesagt bekommt, dann hat man da ein Muster, auch ein sehr, sehr unbewusstes, weil das in uns schon hervorgerufen, hergestellt wird, wenn wir uns über unseren Standpunkt im Leben noch gar nicht so bewusst sind. Das vertieft sich in uns, das verankern wir und das entscheidet, wie wir uns sehen, wie wir die Welt sehen, wie wir Dinge angehen. Wir wundern uns eigentlich im Grunde nur, warum anderen Dinge scheinbar so einfach, leicht und problemlos erfolgreich von der Hand gehen und wir da nur so rumkrebsen oder irgendwie auf der Stelle zappern und gar nicht so richtig wissen, woran liegt das jetzt hier eigentlich. Das kann ja nicht sein, ich habe dies und das an Ausbildung gemacht, bringe das an Qualifikation mit, warum sieht das bei anderen dann alles so einfach aus und bei mir haut das irgendwie alles nicht hin. Da kommen wir langsam den Dingen auf den Grund, das wird man nicht einfach ablegen können. Das ist so wie so ein Zwiebelschälen, Schale für Schale muss man da ja an den Kern hervordringen und sich da einen Spiegel vorzuhalten, das habe ich bei meinem letzten Video auf Sylt ja auch mitgeteilt schon, dass man da so eine Selbstreflexion durchführt. Wie geht es mir eigentlich, mit welchem Gefühl bin ich wann wie wo unterwegs und welche Dinge füllen eigentlich mein Alltag, was bestimmt mein Leben und wie geht es mir dabei. Da mal so ein bisschen mehr sich im Selbst, ja eine Selbstreflexion zu üben ist ein sehr, sehr guter Weg, um da überhaupt erstmal auszumachen, wo sind denn da die Knackpunkte. Ja, unsere inneren Kritiker, wie wir sie denn schimpfen im Laufe der Zeit, die uns klein halten, beschimpfen uns und ja, nennen uns dabei nicht selten einen Versager. Über die Zeit macht das nicht nur unglücklich und klar, ja, auch krank. Wir müssen unsere Denkmuster und Glaubenssätze, die mitunter sehr limitiert sind, daher neu gestalten. Und der erste Schritt, was ich eben sagte, ist sich erstmal dieser Denkmuster und Glaubenssätze bewusst zu werden. Leider haben wir uns auch angewöhnt, da will ich mich so im Alltag gar nicht ausschließen, ja, dass Positives oft als selbstverständlich hingenommen wird. Wenn irgendwas reibungslos verläuft, eine Arbeit mit dem Kunden, die Zahlungen oder ob das Kleinkram ist, Dinge, die man bestellt hat, der Postbote, ob das Dinge, Behördengänge, wie auch immer sind, alles was gut klappt, also zack, ja, Haken drunter, sollte ja auch so sein. Aber wir beschweren uns über das, was nicht gut läuft, kritisieren, ich weiß ja nicht, hatte ich mal ein Video neulich aus Düsseldorf euch schon mitgeteilt, wie oft ihr euch hinsetzt und ja, nochmal den Leuten dankt, wie reibungslos, problemlos alles abgelaufen ist. Ich behaupte mal, das tun die wenigsten, wir kritisieren, wir bemängeln, was nicht gut gelaufen ist und damit geraten wir in eine Art Disbalance, also etwas gerät aus der Balance. Das wirkt sich auf unsere Wahrnehmung aus, wenn man sich immer nur darüber beschwert, was nicht so gut läuft und wir fühlen uns ja dadurch auch erschwert. Das wirkt sich auf unser Wohlbefinden aus, auf unseren Erfolg, auf, ja, alles was uns so im Alltag begegnet und ja, letztendlich auch im Ergebnis auch unsere Gesundheit negativ beeinflusst. Wichtig ist also, dass du deinen inneren Kritiker aus dem Kopf bekommst. Damit meine ich jetzt nicht feindlich bekämpfen, sondern dass du einfach wieder mehr trainierst, wenn du ihn hörst, nett zu dir zu sein und das kann man üben, wie ich eben anfänglich auch schon sagte. Der innere Kritiker, das ist dieses Muster, das wurde uns antrainiert, das wurde uns anerzogen, der will uns im Kern nichts Böses, der will uns im Grunde wieder das sagen, ja, um uns klein zu halten, um uns zu beschützen, vor etwas zu bewahren, das, was sich in uns verankert hat, da meldet sich dann immer wieder irgendwas zu Worten. Wie, du willst jetzt was Neues probieren? Das klappt doch eh nicht, du bist nicht gut genug, das wird eh nichts, die anderen sind eh besser, das, was du hier mitbringst, reicht nicht. Da haben wir es wieder. Das ist der liebe innere Kritiker und sagt, ja, ich nehme dich zur Kenntnis, ich habe dich angehört, danke, dass du dir Sorge machst um mich, aber ich schiebe dich jetzt nett beiseite und ich werde es trotzdem probieren, weil ich habe ein Vertrauen in mich. Ich weiß um meine Ressourcen, um das, was ich mitbringe. Ich weiß um meinen Selbstwert, um das, was ich kann und ich werde es jetzt einfach trotzdem probieren. Das wird mitunter deinen Selbstwert steigern und ja, du wirst eine bessere Wahrnehmung und Fähigkeit besitzen, an dir selbst und an deinen eigenen Wert zu glauben und diesen auch zu steigern. Wenn dir Motivation, auch klare Ziele im Leben fehlen, kann das ebenfalls mit mangelndem Vertrauen und Glauben an sich zusammenhängen und sage dir, es ist dein Geburtsrecht, glücklich zu sein. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Ausgangslage, dass du nicht dies und das leisten musst, das und das erbracht haben musst, um irgendwie dies und das erlauben zu können oder dich gut fühlen zu dürfen. Nein, es ist dein Geburtsrecht. Im Ergebnis wirst du durch mehr Selbstbewusstsein insgesamt mehr Selbstsicherheit gewinnen, ganz einfach, weil du dir deiner selbst bewusst bist. Du weißt in deiner Position, du weißt, was du kannst, was du hast, was du mitbringst, was deine Stärken und deine Fähigkeiten sind und die hat jeder. In einem einzigartigen Kostüm, denn keiner hat die Erfahrung so wie du. Das Wissen, alles gibt es auf dieser Welt nicht noch einmal so wie du es hast. Lerne dadurch also ein neues Vertrauen in dich zu gewinnen und dies zu stärken. Und dafür haben wir die jetzt folgenden Übungen mitgebracht aus, ja, wie gesagt, aus der Praxis, aus unserer Coaching-Arbeit, aus der Literatur, was sich in der positiven Psychologie als hilfreich, ja, bewiesen hat. Das ist ja so mein Thema hauptsächlich. Was macht das Leben lebenswert? Was sind die Stärken von Menschen? Wie können wir uns ein positives Leben gestalten, was uns rundum zufrieden und glücklich macht? Wie können wir unsere Widerstandskräfte stärken, um auch mit schlechten, traurigen, angstbehafteten Situationen im Leben klarzukommen? Denn die gehören natürlich mitunter dazu, aber sie sollen eben nicht das Gewicht bekommen. Dass das stärker und mehr wiegt als, ja, das, was negativ läuft, dass das eben nicht mehr Gewicht bekommt, als das, was positiv verläuft, was wir schon mitbringen, was unsere ganzen Stärken sind. Ein kleiner Tipp dafür noch, bevor ich dir das jetzt Punkt für Punkt einmal vorstelle. Lege dir ein kleines Notizbuch zu oder ein Tagebuch, wo du dann Punkt für Punkt ergänzen kannst, wo du, ja, auch die Erfahrungen teilen kannst und mit anderen auch austauschen mit der Zeit, was sich gut bewährt hat als hilfreich, was vielleicht weniger, was mehr Übung bedarf und, und, und. Einfach deine Gefühle, deine Erfahrungen. Manche Übungen werden dir vielleicht liegen, die anderen nicht so. Ja, das ist natürlich auch wie alles ganz, ganz subjektiv. Ja, die folgenden Übungen, wie du nun deine erkannten Werte nutzen kannst, um deinen Selbstwert zu steigern, ja, da ist es nochmal wichtig zu bedenken, dass alles seine Zeit braucht und auch Wiederholung. Denn schlecht antrainierte Gewohnheiten von klein auf an lassen sich nicht so einfach ablegen. Die werden immer weiter mitschwingen und sich zu Wort melden. Die muss man so Stufe für Stufe hinunter boxen. Kann man nicht ablegen wie so ein schmutziges Gewand. Die erste Übung ist zum Beispiel die etwas Nettes zu sagen regelmäßig. Das Ziel ist es also zunächst ein positives Selbstbild herzustellen und uns zu sagen, dass das Bild von früher, was wir von uns haben, schlichtweg nicht stimmt und wir sehr wohl liebenswert sind, weil wir einfach so sind, wie wir sind. Auch wenn wir Schwächen haben und Fehler machen und bis zu üben sind, wie sagte ich ja eben, Wiederholungen wichtig und dafür schreibst du dir am besten positive Dinge auf, einfach was gut geklappt hat, wofür du dich magst und es gibt diese Dinge an jedem von uns. Und seien sie noch so klein. Du kannst anfangen mit zum Beispiel, ich mag mich weil oder ich kann dies und das besonders gut in der Ausprägung von. Was so einfach im Alltag gut läuft, die einfach von der Hand geht, wofür du dich magst. Also so kannst du kleine Erfolgserlebnisse sammeln und zu einer kleinen Schatzkiste machen. Dann kannst du dir als zweites eine Liste anlegen und zwar von und mit Eigenschaften und Verhaltensweisen, die du an dir selbst magst oder die du zumindest akzeptierst. Um gut ergänzen kannst du es auch, indem du andere Menschen, die dir wichtig sind und denen du vertraust, fragst, was sie besonders an dir mögen und schätzen. So kannst du diese Liste auch von Mal zu Mal wachsen lassen und das ist wie so ein richtiges Schatzkästchen, was sich da anfüllt mit der Zeit. Du kannst als drittes dann auch anfangen, mögliche Ursachen auszumachen, also Klarheit darüber zu gewinnen, warum du überhaupt so denkst und so fühlst und dich klein machst und meinst, du bist es nicht wird und alle anderen sind besser. An diesem Punkt kannst du dann mal versuchen zu ergründen, woher das geringe Selbstwert mitunterkommt und wie es sich entwickelt hat. Gab es besondere Vorkommnisse in der Kindheit und Erziehung oder besondere Erlebnisse, Enttäuschungen, woran du dich erinnerst? Es geht hier darum, Klarheit zu gewinnen und Erklärung zu finden, nicht zu verurteilen und nicht um Schuldzuweisung, einfach um Klarheit zu gewinnen. So kannst du sie gezielt angehen und ins Positive wandeln. Und ja, das ist ganz, ganz wichtig. Höre vor allem auf, dich dafür in einem negativen Sinne verantwortlich zu fühlen. Denn das bringt kein weiter in der Vergangenheit rum zu fühlen. Es geht darum, dich positiv auf die Zukunft auszurichten. Als vierter Punkt kannst du auch zusammentragen, was positiv verlaufen ist. Dafür ist ein positiver Tagesrückblick sehr, sehr gut und nützlich. Wer mit mir schon länger gearbeitet hat, meine Videos anschaut und Podcasts hört, der weiß auch, dass das eine sehr, sehr beliebte Methode von mir ist. Ein sehr, sehr gutes Tool, dass ich auch meine Online-Kurse und Coaching-Programme einbaue, abends einen positiven Tagesrückblick zu machen, aufzuschreiben, was gut gelaufen ist, was sich mit einem angenehmen Gefühl verbindet, um das auch in deinem Unterbewusstsein zu verankern. Du wirst so besser schlafen. Du stellst ebenfalls auch, bevor du nachts in deine REM-Phase eintauchst, die alles so verarbeitet, abspeichert, in Ordner einsortiert, die Balance wieder, ja, stellst du dir her und zeigst dir, dass eben alles nicht schlecht verlaufen ist, sondern dir sehr, sehr wohl auch viele schöne und positive Dinge passieren. Dann ein fünfter Punkt, den wir Frauen sehr, sehr häufig kennen, Nein zu sagen. Dass du das dir eingestehst, auch mal Nein zu sagen. Dieser Punkt ist elementar wichtig für unser Selbstwertgefühl, weil wir uns damit sagen und uns selber zeigen, dass wir auf uns Acht geben, auf unsere Bedürfnisse Rücksicht nehmen und, ja, schauen, wie geht es uns mit gewissen Dingen, mit Anforderungen, mit Fragen. Wenn sich etwas nicht gut anfühlt, darf man auch mal Nein sagen. Da geht es darum, ja, der Ton macht die Musik, man kann aber auch sehr bestimmt und freundlich sagen, Nein mit mir nicht, es passt gerade nicht, gerne später zu einem anderen Zeitpunkt, aber im Moment ist gerade schlecht. Ein sechster Punkt ist, deine Bedürfnisse zu kommunizieren. Hier geht es auch wieder darum, der Ton macht die Musik. Wenn es zu Konflikten kommt, das kenne ich oft in meiner Arbeit als Mediatorin, geht es im Kern meistens darum, dass unsere Bedürfnisse nicht befriedigt sind oder wir uns ungerecht behandelt fühlen, dass einfach etwas nicht nach unseren Vorstellungen verläuft, wir uns ärgern, traurig fühlen, wie auch immer und wenn wir uns immer wieder in den Spiegel vorhalten, auf unsere Gefühle hören und wir das Ganze in einer Ich-Botschaft ausdrücken, was wir uns wünschen und was uns wichtig ist, kann auch das unser Selbstbewusstsein und unseren eigenen Selbstwert steigern. Das für uns signalisieren, wir hören auf uns und auf das, was uns wichtig ist und wir kommunizieren das nach außen. Punkt 7 ist, dass du einzigartig bist. Die Erkenntnis, dass es ein Fakt ist, dass du, sagte ich ja eben auch schon, einzigartig bist. Dich gibt es kein zweites Mal. Hattet ihr das einfach immer wieder vor Augen. Achte auf deine Stärken, Talente, Fähigkeiten, all deine Erfahrungen, wofür man dich schätzt. In dieser Kombination gibt es keinen zweiten Menschen auf der ganzen Welt. Du hast all das in dir, was du brauchst, um deine Ziele zu erreichen. Und wenn du deine Werte kennst, kannst du das gezielt auch in dein Lebenskonzept einbauen und dich immer wieder daran erinnern. Auch diese Liste kann wachsen. Ein achten Punkt, das ist ja auch für mich ein absolut wichtiges Thema, liest man auch immer wieder als Unterpunkt in meinen Blogartikeln, sich in Achtsamkeit üben. Diese kleine Übung im Alter kann eine sehr, sehr gute Möglichkeit sein, sich und seine Situation im Leben zu reflektieren und das auch regelmäßig. Oft erscheinen uns nämlich dann Sorgen und Ängste ziemlich klein und das, was uns ins Grübeln bringt, wenn wir achtsam sind. Und das sind so die kleinen Dinge im Leben, die uns ein Lächeln schenken und zum Staunen bringen, das Gefühl der Dankbarkeit fördern und dass wir ein Teil von diesem Wunderwerk Welt sind, dass wir unsere Zeit hier geschenkt bekommen haben. Und das, finde ich, tut dem Selbstwertgefühl auch gut. Ein neunter Punkt ist, dass du den Fokus auch mal ändern kannst und auch solltest. Du ziehst das an, was du denkst und bist der, der du glaubst zu sein. Höre also auf das zunächst zu sehen, was du noch nicht bist, was du noch nicht kannst, was dir fehlt oder was falsch läuft. Sei stattdessen dankbar für die Dinge, die gut laufen und worüber du dich freust. Da denk an Situationen, an das, was du wirklich hast, an die Menschen, für die du dankbar bist, die dich umgeben. Das ist eine sehr, sehr wertvolle Methode, da einfach mal den Fokus zu ändern und sich nicht nur auf das Negative zu richten. Ein zielter Punkt ist, wirklich Klarheit zu gewinnen und seine Ziele und Wünsche zu erkennen. Damit bist du gemeint und dein Standpunkt im Leben. Also was dir wichtig ist, haben wir behandelt schon zum Thema Werte. Ja, lebe nach deiner Wartung, beziehe Klarpositionen und lebe nicht das Leben anderer. Wenn man keine Ziele hat, läuft man auch Gefahr, sich stets und ständig mit anderen zu vergleichen. Das macht auf Dauer unglücklich und steigert auch nicht unbedingt das Selbstwertgefühl. Sogar im Gegenteil. Elfter Punkt ist es, eindeutig Energiewampire zu vermeiden und sich mit Menschen zu umgeben, die einem guttun. Das kenne ich beruflich, aber auch privat. Und diese Menschen, die Energiewampire sind, die Situationen fördern, wo man danach sich mehr ausgelaugt, ausgepowert und überanstrengend fühlt, als positiv und energiegeladen. Da sollte man das nochmal bedenken, ob das der richtige Umgang ist. Ja, da ist auch Selbstreflexion wieder sehr, sehr hilfreich, weil ständiges Meckern, kritisieren, nörgeln, negativ denken färbt ab und kostet auch Energie. Da stehe ich vor zum Spiegelneuron. Da haben wir auch schon was drüber geschrieben. Und wenn du möchtest, kannst du da auch gerne nochmal nachschlagen. Wir spiegeln das, was die Menschen uns vermitteln, mit denen wir uns umgeben. Wir spiegeln also im Empfinden und Verhalten diese Menschen wieder und fühlen uns schlecht. Wenn es Menschen gibt, die nur von Misserfolgen, von Krankheiten sprechen, dann wird es ein Gefühl uns auslösen und diese tun uns einfach nicht gut. Sage dir das Richtige zum richtigen Zeitpunkt und das kannst du auch verstärken, wenn du dich von Menschen umgibst, die das ebenfalls tun. Wir sollten also lernen, uns mehr mit den Menschen zu umgeben, die uns das Richtige zum richtigen Zeitpunkt sagen. Zwölftens ist es auch ganz, ganz wichtig, auf die richtige Körperhaltung zu achten. Versuch mal auf einem Stuhl zusammengesackt zu sitzen, die Schultern hängen zu lassen und zu sagen, mir geht es so richtig gut und ich fühle mich so richtig wohl. Schon mal probiert? Richtig. Das ist ziemlich schwer, wenn nicht sogar unmöglich. Wenn wir aber aufrecht sitzen und stehen, Kopf gerade halten, den Rücken gerade machen, tief durchatmen, einen offenen Gesichtsausdruck mit einem leichten Lächeln auf die Lippen hinbekommen, fühlen wir uns nicht nur sicherer und können gesehen werden, sondern werden auch so wahrgenommen. Versuche auch hier also, in unterschiedlichen Situationen darauf zu achten, entsprechend zu reagieren, um aufzutreten. Einfach mal versuchen. Dreizehntens, auch sehr, sehr wichtig und hilfreich, Belohnung. Regelmäßige Belohnung für kleine Erfolgserlebnisse im Alltag und da reden wir jetzt nicht über große Meilensteine, sondern über kleine Schritte, die uns zu unseren Zielen verhelfen, die wir im Alltag einfach so geregelt kriegen und oft als selbstverständlich hinnehmen. Eine kleine Blume, ein Besuch im Kino, ein schönes Kleidungsstück, mit dem wir schon länger am Schaufenster liebäugeln, sich einfach für kleine Dinge im Alltag belohnen. Das geht leicht und einfach dafür, dass ich ich bin und keine Leistung erbringen muss. Vierzehntens haben wir aufgeschrieben, zusammengetragen, dass es wichtig ist, sich in seiner eigenen Haut wohlzufühlen. Hier geht es um ein sehr, sehr subjektives Empfinden, was uns kein anderer von außen vermitteln kann, sondern wir selbst in uns fühlen und erkennen müssen. Es geht um das Bild, das wir von uns selbst haben. Wenn wir uns nicht wohl in unserer Haut, wie das Sprichwort ja auch heißt, fühlen, mit unserer Figur, mit unserer Kleidung, wie wir hier allgemein denken, dann ist das etwas, was unser Selbstwertgefühl beeinflusst und wenn das negativ ist, dann wird es eben negativ beeinflusst. Gönne dir also hin und wieder etwas, treibe Sport, achte auf die Ernährung und das, was dein Körper dir sagt und gut tut. Und als letztes, visualisiere dein Glück. Unser 15. Punkt. Nimm dir für diese Übung ein paar Minuten Zeit und Ruhe. Schließe deine Augen, stelle dir vor, wie dein Leben mit einem perfekten Selbstbewusstsein aussehen und verlaufen würde. Wie siehst du also aus? Was machst du? Wie fühlst du dich? Dein Gehirn kann nicht unterscheiden, ob du dir etwas nur vorstellst oder es tatsächlich ausführst beziehungsweise bist. Diese Vorstellungen und Gefühle werden sich im Unterbewusstsein ebenfalls verankern und das kann eine sehr, sehr wertvolle und wunderbare Erfahrung sein. Ein kleiner Tipp, dass du da möglichst detailgetreu bist, dass du das wirklich auch fühlst, dass du dir dein Ziel, deine Wunschvorstellung so detailgetreu und realistisch wie möglich vor Augen fühlst, führst, damit dich richtig mit einem angenehmen Gefühl durchzieht. Das kann dich auch sehr, sehr gut durch den Alltag tragen und wenn du das verankerst mit bestimmten Bildern, mit Personen, mit einer gewissen Musik, mit einem Geruch, also dass du da deine Sinne einbindest, damit wird das Verankern im Unterbewusstsein noch gefördert und so kannst du das wieder hervorholen, wenn du diesen Geruch hervorrufst, wenn du die Musik anmachst, wenn du dir gewisse Bilder vor Augen holst, dann wird dieses Gefühl entstehen und auch da machen die Wiederholungen, geben den Ausschlag. Je häufiger du dich da drin trainierst und das Ganze übst, desto selbstverständlicher und automatischer wird es mit der Zeit funktionieren und irgendwann wird es nahtlos übergehen und sich real anfühlen. Meine Mentorin sagte da immer, Mentales wird reales, also das, was du im Kopf dir zurechtzimmerst und das Ganze fühlst und mit einer guten Strategie angehst, das wird real. Das war unsere Übung, Übungseinheit aus der Werte-Challenge, aus unserer 4-Tage-Werte-Challenge, die ursprünglich zu Ostern angedacht haben, aber die jetzt fortlaufend ist. Du kannst also zu jeder Zeit mit starten, eine sehr, sehr wertvolle Übung. Wir haben schon tolle Rückmeldungen, gutes Feedback bekommen. Also diese 15 Tipps sind gute Anregungen, um das Selbstwertgefühl zu steigern, um den eigenen Selbstwert zu erkennen und danach auch das Lebensgerüst auszurichten. Das ist ein Grundgerüst. Du kannst es immer weiter ausschmücken, du kannst es ergänzen. Tu das, was dein Gefühl dir sagt, womit es dir gut geht und das wird sich auch im Außen spiegeln. Du wirst die Menschen und Situationen im Leben anziehen, die dafür förderlich sind. Alles Gute von uns. Mach gerne weiter mit der nächsten Übung und ja, dann sei gerne dabei bei der nächsten Einheit unserer Werte-Challenge. Bis ganz bald. EO-Challenge ist. uit